Und in so einer Phase dann Stops einzustreuen, ja dazu braucht man schon sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Und dieses Rezept kann auch nach hinten losgehen, dass man ungänzlich den Faden verliert. Aufschlag Sabatini also liegt 1 zu 4 zurück im zweiten Satz. Der erste Satz allerdings ging an die Argentinierin deutlich mit 6 zu 0. Jawohl, das ist einer von den Bällen, die Selbstvertrauen bringen. Volley Stop, 30 zu 0. Vielleicht geht es jetzt wieder aufwärts für die Argentinierin. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich die Zuschauer hier durchaus einen dritten Satz wünschen. Und vielleicht sogar auf eine Überraschung hoffen. Ich kann es nicht mehr aufwärtsen. Ich kann es nicht mehr aufwärtsen. Ich kann es nicht mehr aufwärtsen. Gabriel Sabatini gewinnt in diesem zweiten Satz ihr erstes Aufschlagspiel, verkürzt auf 2 zu 4. Im Übrigen endlich mal wieder ein Aufschlagspiel zu 0 gewonnen. Eine gute Kameraperspektive, nicht etwa weil die Beine von Gabriel Sabatini zu sehen sind, sondern weil man in dieser Kameraposition sehr gut die Geschwindigkeit sehen kann, mit der auch die Damen spielen. Oh, oh, da ist sie ausgerutscht, die Brasilianerin. Hat sich aber Gott sei Dank nicht wehgetan. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass sie die Asche von der Schlaghand bekommt. Diese Zeit im Übrigen, um sich zu pflegen, darf man nutzen. Die 20-Sekunden-Regel tritt da also nicht in Kraft. Beifall von den Zuschauern. Es geht weiter, 15 beide, siebtes Spiel des zweiten Satzes. Gans Trott. Der geht aus. 15.40. Zwei Breakbälle für Gabriel Sabatini. Und wenn sie dieses Break schaffen sollte, dann heißt es Break-Even ausgeglichen, was die Breaks angeht. Da ist es, Spiel Sabatini steht nunmehr 3 zu 4. Und Gabriel Sabatini hat nach diesem Seitenwechsel nur die Möglichkeit, zum 4 zu 4 auszugleichen. Andrea Vieira dürfte den Zuschauern in Deutschland vom Turnier in Hamburg noch in guter Erinnerung sein. Da gewann sie in der zweiten Runde gegen Helena Sukhova. Schied allerdings dann eine Runde später, also in der dritten Runde, gegen Radka Jovakova aus. Sie begann als Fünfjährige mit dem Tennisspiel und ihre Stärke, so zumindest ist es zu lesen, ist die Vorhand und ich denke, dass sie das auch schon bewiesen hat hier, zumindest im zweiten Satz. 3 zu 4 also, Aufschlag, Gabriel Sabatini. Ich wiederhole es nochmal. Der erste Satz ging an die Argentinierin mit 6 zu 0. Und im zweiten steht es 3 zu 4. Ja, dazu sagen die Franzosen Contrepie, auf dem falschen Fuß erwischt. oder gegen die Laufrichtung gespielt, 0.15. Den kennen Sie wahrscheinlich, liebe Zuschauer. Einer der begnadetsten Tennisspieler, die es je gab, Ilin Astase, um ein Bon mot meines Kollegen Marcel Reif wiederzugeben. Ein Mann, dem nichts Menschliches fremd ist und der sich in Paris in einer so multikulturellen Gesellschaft sehr wohl fühlt. Trond Gans. Die Zeitlupe, gut und lang angegriffen von Gabriel Sabatini, der Abschlussüberkopf, Formsache 30.15. 40.15. Und damit zwei Spielbälle zum 4 zu 4 Ausgleich im zweiten Satz für Gabriel Sabatini. Servant Volley direkt nach einem guten Aufschlag ans Netz vorgerückt. Damit 4 zu 4, Gabriel Sabatini schafft vier Spiele in Folge. Gerade so noch zum richtigen Zeitpunkt. Und sicherlich auch so beeindruckend, dass es jetzt schwierig werden wird für Andrea Vieira, die jetzt aufschlägt. Ihr Spiel durchzudrücken. Ihr Spiel durchzudrücken. Gans Trond. Gans Trond. Gans Trond. Gans Trond. Gans Trond. Gans Karrant Das ist eben immer wieder ein adäquates Mittel, um Beidhänder zu fehlern, zu zwingen, wenn man die Rückhand oder die Vorhand, wie auch immer, unterschnitten, also mit Rückwärtsdrall, auf die Rückhand eines Beidhänders spielt. Da musste Andrea Vieira tief runter und da wird es dann eben schwierig, Topspin zu spielen oder aber gerade. Zwei Breakbälle für Gabriela Sabatini, die sich auch das fünfte Spiel hintereinander sichert und jetzt 5 zu 4 in Führung geht. Dreimal dürfen Sie raten, wo diese Dame herkommt. Lesen Sie, was auf dem O-Ring steht. Tja, dieses Spiel, dieses Match hier hat schon eine seltsame Dramaturgie. Zunächst sah alles nach einem glatten Zweisatz-Sieg aus, nachdem der erste Satz schon 6 zu 0 an Gabriela Sabatini gegangen ist. Dann eine 4 zu 0 Führung für die Brasilianerin, 19 Jahre alt, ihre beste Position auf der Damen-Welt-Rang-Liste hatte sie im November 89, da war sie 76, mittlerweile ist sie wieder etwas abgerutscht, auf Rang 94. Und dann gewann Gabela Sabatini 5 Spiele in Folge und schlägt nun zum Match-Gewinn auf. Zu unentschlossen war da Gabriela Sabatini, hätte sie direkt mit der Vorhand ans Netz vorrücken sollen. 0,15. Oh je, das ist genauso als würde ein Fußballer einen Elfmeter verschießen. Das ist eine der Übungen, die man als Tennis-Schüler, als fortgeschrittener Tennis-Schüler ganz sicher, zuerst lernt, ein Ballpunkt bringend aus dem Halbfeld zu versenken. Missglückt und mittlerweile steht es 30,15. Pech für Gabriela Sabatini. Das zweite Mal ein Netzroller zu Ungunsten der Argentinierin. 30,15. Beide. Das war's. Toll gespielt von Andrea Vieira, erarbeitete sich damit einen Breakball, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass Gabriella Savatini nicht im Vollbesitz ihrer körperlichen Kräfte ist. Das sah schon sehr nach Schwäche aus, denn dieser Stoppball oder dieser unterschnittene Ball kam doch sehr lang und sie lief gar nicht mehr durch. Garanta. Zweiter Breakball für die Brasilianerin nach einem zu langen Rückhand von Gabriela Sabatini. Ja, auch hier hätte Gabriela Sabatini nach ihrem Stopp direkt mit vorrücken sollen ans Netz. Denn zweifelsohne war Andrea Vieira in der schlechteren Position. Somit alles wieder offen, fünf beide. Hier nochmal die Zeitlupe. Da steht Gabriela Sabatini im Niemandsland bei diesem Halbflugball, direkt nach dem Aufspringen genommen. Aufschlag Vieira, zweiter Satz, fünf beide, erster Satz, sechs zu null an Gabriela Sabatini. Zettelkanz. Ganzen. 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 Ganz taut. Leichter Vorhandfehler von Andrea Vieira zum 15.30. Ganz taut. Das ist schon ein verrücktes Spiel hier. Nur wiederum zwei Breakbälle für Gabriela Sabatini. Mittlerweile haben beide Spielerinnen dreimal ihren Aufschlag verloren. Das ist schon ein verrücktes Spiel. Sie wehrt sich nach Kräften und hat das Glück des Tüchtigen Andrea Vieira. Dieser Wechsel hat Kraft gekostet, aber er freut die Zuschauer. Das war sicherlich einer der besten Ballwechsel im ganzen Verlauf. Da sah eigentlich Gabriela Sabatini schon aus wie die Siegerin. Und dann punktet Andrea Vieira direkt. Aber immer noch ein Breakball für Gabriela Sabatini. Das war sicherlich. So, da hat Gabriela Sabatini mitgespielt. Und ist nach ihrem Stopp ans Netz vor. Wird belohnt. Break Nummer 7 in diesem Satz. 6 zu 5 für Gabriela Sabatini. Und Andrea Vieira wirft da etwas verärgert ihren Schläger weg. Hier nochmal die Zeitlupe. Schöner Stopp von Gabriela Sabatini im Ansatz nicht zu erkennen. Und jetzt geht sie etwas mit. Und drückt den Ball dann in die Vorhandecke der Brasilianerin unerreichbar. Kompliment. Andrea Vieira zeigt hier ein sehr gutes Spiel. Muss ich aber jetzt dem Service von Gabriela Sabatini gegenüber sehen. Und das bedeutet für die Argentinierin erneut. Serving for the match. Aufschlag zum Match gewinnen. Fängt gut an mit einem Ass für Gabriela Sabatini. Das erste. 15 zu 0. Das Netz ist heute nicht auf ihrer Seite. Netzroller ins Aus. Aber ich denke mal, dass diese Vorhand auf jeden Fall ins Aus gerutscht wäre. 15 beide. Ah, das sind diese Bälle, wo alle mitzittern und ihn am liebsten drüber pusten würden. Diesen Ball. Bleib an der Netzkante hängen. 15.30 Uhr. Ja, sowas rächt sich. Sie geht wieder nicht durch. Die Argentinierin blieb an der T-Linie stehen. Anstatt sich richtig zum Ball zu stellen. 15.40 Uhr. Zwei Breakbälle für Andrea Vieira. So, mittlerweile acht Breaks im zweiten Satz. Sechs beide. Der Tile Break wird diesen Satz entscheiden. Ja, das ist so ganz nach dem Geschmack der Zuschauer. Ein spannender Verlauf. Den ersten Aufschlag hat Andrea Vieira. Ein kleines Break für Gabriela Sabatini. Für Gabriela Sabatini. Für alle diejenigen, die es nicht wissen, wie der Tile Break gezählt wird. Es wird numerisch gezählt, wie beim Tischtennis. Wer zuerst sieben Punkte erreicht hat mit zwei Punkten Unterschied, der hat dann den Satz auch 7 zu 6 gewonnen. Nun hat Gabriela Sabatini zwei Aufschläge. 2 zu 0. 2 zu 0. Mademoiselle Sabatini. Den zweiten Aufschlag von der rechten Seite. Hier nochmal die Zeitlupe über Kopf. Heute fehlerlos die Argentinierin. 3 zu 0. 3 zu 0. Also ich bin mal vorsichtig mit Prognosen, liebe Zuschauer. Seele Stefan zu 4. Das ziemt sich normalerweise nicht. Aber ich stelle die Frage, dass die